servus freunde ja ich will euch heute mal was neues vorstellen und zwar ich habe schon länger gesucht eine neue taschenlampe sagen wir mal so wir haben jetzt diese winterzeit es ist um 16 uhr schon finster und da schaden eine taschenlampe an ich wurscht ob man die jetzt braucht für daheim oder auto oder sonstiges und da wollte ich eigentlich eine kleine taschenlampe haben habe natürlich in etlichen videos schon die vorstellungen von den o-list taschenlampen gesehen die mir auch relativ gut gefallen die auch kleine wirklich super leuchtkanonen dabei haben und habe aber das wieder in vergessenheit geharrten und irgendwann vorige woche schreibt mich die firma olaid an die arena von einem e mail ob ich nicht einmal eine taschenlampe vorstellen möchte ja freund ihr kennt mich ich bin nicht so der tag ihr tag ihr tag ihr und alles geschenkt bekommen einmal kaufe ich mir das aber wir hatten einen netten e mail verkehr und die irene ist wirklich eine nette dame muss ich sagen wir haben uns relativ gut per e mail unterhalten ich habe auch keine zwänge bekommen ich muss das und das sagen mache ich auch nicht ihr kennt mich so was aber gut gehen wir mal über ich habe dann vorgeschlagen was ich gerne was mich interessieren würde ob das möglich wäre und habe mich dann für die habe dann auch die antwort bekommen ja es ist kein problem die beiden taschlampen die vorgeschlagen habe welche will ich als erstes testen und habe mich einmal für die sr 10 s 10 r pathon 3 entschieden ich blende natürlich ein paar bilder davon noch näher ein dies noch in der original verpackung das ist ein kleines wunder ding mit insgesamt 600 lumen also macht ganz schön was her und jetzt werden das ganze mal auspacken und dann zeige ich euch das noch ein bisschen näher so freunde ich habe die lampe jetzt einmal ausgepackt das finden wir alles im karton drinnen alles schön verpackt also sehr schön wir haben hier eine bedienungsanleitung in mehreren sprachen eine kurze anleitung was die lampe kann was nicht schlecht ist aber sie sind fast selbsterklärend dann was haben wir im lieferumfang dabei die lampe natürlich ein richtig schönes schickes teil und die größe imponiert mir gewaltig also die gefällt mir wirklich sehr gut s 10 r pathon 3 ja die lampe kann man mittels einer ladestation die mit dabei ist mit drei saugnäpfen die kann man dann eigentlich sehr gut wo daheim hinsaugen oder wo man sie mitnimmt einfach drauf stellen und das zeug fängt an zum laden gefällt mir auch sehr gut dann was haben wir noch dabei ja es war eine transportsicherung die muss man vorher herausnehmen damit der akku nicht gleich leer ist also das finde ich auch eine gute idee dann war noch dabei ja sämtliche kleine beschreibungen geben da sogar eine beschreibung dass man die sicherung herausnehmen soll ein lenjad ist dabei und auch noch ein usb kabel kann man natürlich immer brauchen besonderheit an der lampe da man sie hier hinten laden kann also die wird mit einer cr123 akku betrieben natürlich von olight da ist r cr123 akku betrieben und zwar deshalb da er plus und minus auf der gleichen seite hat hier sieht man nämlich plus und auch den minus pul gegenüber einer normalen cr123 sieht man dass die eigentlich anders aufgebaut sind durch das laden was aber nichts heißt denn man gibt eine ganz normale die auch zufällig von olight ist hinein eine normale 1 23 und die funktioniert natürlich genauso also das ist schon eine sache auch man muss nicht unbedingt das ladeteil mitnehmen in den wald wenn man eine reserve akku hat funktioniert das auch so was ich noch dazu sagen muss was mir sehr gut gefällt die haben wirklich mitgedacht da ist wenn man das erkennt ein splintendarn ein kleiner und zwar das ist wirklich extrem super wenn man hier einfädeln will wenn man das lenjad verwenden will weil sonst bekommt man das sowieso nur schwer durch also das sind wirklich kleinigkeiten was mich wirklich sehr beeindrucken von der lampe die modis ja ich halte euch das einmal hier in die kamera das könnt ihr euch selber ablesen funktioniert so wie die meisten lampen einmal zwei sekunden drücken ist der monschein modus noch einmal kurz drücken der mittlere high und extreme natürlich mit einem dreifach klick kommt man in den staubomotor dann was diese lampe auch noch super finde findet man bei sonst bei ehrlich gesagt habe ich das noch selten gefunden wenn man hier drei sekunden drückt dann bleibt die lampe gesperrt also das ist wirklich super man sieht es leider nicht es leuchtet hier kurz ich schaue wie das zu hause auf ein foto einfangen kann leuchtet hier kurz eine rote lampe auf das mir signalisiert sie ist jetzt im gesperrten modus und es kann nichts passieren also einschaltmäßig wenn man hier wieder drei sekunden drückt dann schaltet sich das teil wieder ein und ich kann wieder durchzeppen wie ich das brauche natürlich auch der letzte modus der aufgedreht war in den springt sie auch wieder wenn ich einschalte also auch sehr gut ja sie hat einen sehr schönen clip und bin wirklich damit bis dato sehr zufrieden ich dadurch dass ich es jetzt erst ausgepackt habe kann ich natürlich noch nicht sagen wie es am abend aussieht damit aber ich denke mit 600 lumen da wird schon ein bisschen die nacht zum tage was ich auch noch erwähnen wollte was ich meiner meinung wirklich auch ein kleines highlight finde ich habe hier den anschluss für zu hause das ist usb c und auch ein normaler usb anschluss das heißt wenn ich den lade kann ich hier zusätzlich nach vorne was anschließen und mitladen also ich finde das optimal denn ich habe meistens meine powerbank dabei und wenn ich die jetzt hergehe und hier zum beispiel anschließe bekommt die ladestation strom grün das heißt sie ist voll aber ich kann hier noch zusätzlich ein weiteres gerät laden ich habe zufällig also nicht zufällig habe diese powerbank extra zugelegt damit ich nämlich kabellos das handy laden kann und da kann man jetzt natürlich noch mehreres anschließen was ich wirklich extrem durchdach finde so jetzt die leuchte rot die lädt und sie lädt also weiß ich doch noch nicht ganz voll aber das werden wir zu hause alles dann in ruhe nachholen soviel nur dazu was für möglichkeiten hier gegeben sind ja was gibt es noch dazu zu sagen leuchttauer 15 tage wasserdicht nach epx 8 und 118 meter leuchtweite ja das kann ich alles noch nicht sagen weil ich das noch nicht wirklich im einsatz gehabt habe aber ihr werdet das sicher weiterhin bei mir sehen denn diese größe ist für mich eigentlich optimal für täglich dabei zu haben ja freunde das war es im großen und ganzen über die kleine olight scnr baton 3 ich finde das teil ist wirklich eine granate also das kann man überall mit einstecken das ist überhaupt kein problem hat man immer dabei und mit dem clip kann man die auch jederzeit irgendwo super einhängen und durch die sperre kann man sie auch nicht irrtümlich einschalten ja an dieser stelle will ich mich hier noch einmal sehr herzlich bei der firma olight bedanken für die für die testmöglichkeit damit ich die lampe gratis bekommen habe und möchte auch an der stelle noch einmal erwähnen dass am 22.11 bei der firma olight der black friday stattfindet und da gibt es sicher lampen so wie die und andere auch noch extrem günstig in dem sind noch einmal danke vielmals an die firma olight und danke für euch fürs zuschauen und man sieht sich tschau tschau tschau